Hallo, ich bin Markus und Produktmanager bei Ryobi. Ich möchte Ihnen unsere tollen sechs neuen OnePlus-Leuchten für 2022 vorstellen. Egal, ob Sie etwas überprüfen, in Ihrem Hobbykeller basteln, campen oder auch eine ganze Garage ausleuchten wollen, gibt es eine OnePlus-Leuchte für Ihre Projektanforderungen. Die erste ist diese handliche OnePlus-Taschenlampe mit 280 Lumen und einer Reichweite von 80 Metern. Sie ist perfekt für verschiedene Inspektionen im Haus und im Freien. Sie können die Leuchte auch als Steharbeitsleuchte verwenden, um freihändig arbeiten zu können. Dank des schwenkbaren Leuchtkopfes ist das Licht immer da, wo Sie es brauchen. Und Sie sind noch flexibler. Wir haben auch einen tragbaren Punktstrahler mit sieben Hochleistungs-LEDs mit zusammen 3000 Lumen. Sein großer, heller Lichtstrahl ist unglaubliche 600 Meter lang, wodurch er sich für zahlreiche Anwendungen eignet, zum Beispiel Überprüfungen bei Nacht oder Arbeit bei Stromausfall. Zudem kann die Helligkeit nach Bedarf angepasst werden. Schalten Sie nach oben für maximale Helligkeit oder nach unten für mehr Laufzeit. Als nächstes zeige ich Ihnen unsere kompakteste OnePlus-Leuchte, die kompakte Laternenlampe. Sie hat über 500 Lumen, strahlt in alle Richtungen und ist sehr vielseitig. Sie können sie zur Dekoration im Haus oder Garten aufstellen, sie zum Camping mitnehmen oder auch in engen, schwer erreichbaren Stellen verwenden. Wenn Sie mal vom Strom abgeschnitten sein sollten, kann Ihnen diese Lampe sieben Tage lang Licht spenden. Kommen wir nun zur OnePlus-LED-Laterne. Sie hat eine um 360 Grad drehbare, mattierte Linse für weniger Blindung und erzeugt 850 Lumen warmen, weichen Lichts, weshalb sie perfekt für Camping-Trips ist, zur Beleuchtung von Zelten oder Pavillons. Die Leuchte hat drei Helligkeitseinstellungen, zwischen denen Sie mit nur einer Taste wechseln. Diese Leuchte eignet sich nicht nur zur Beleuchtung, sondern hat auch einen integrierten USB-Anschluss zum Laden Ihrer Geräte, sodass Sie sich nie Sorgen um die Energieversorgung Ihres Telefons machen müssen. Als nächstes das OnePlus-Flutlicht. Es ist ideal für große Arbeitsbereiche oder für Malerarbeiten und Oberflächenbehandlung. Diese Leuchte besteht aus 36 LEDs und erzeugt 1800 Lumen strahlenden Lichts. So ist Ihre Umgebung immer perfekt ausgeleuchtet. Dank Ihres kompakten Designs ist die Leuchte auch äußerst vielseitig. Der Leuchtkopf ist um 360 Grad schwenkbar, um in jede Richtung leuchten zu können. Es gibt drei Helligkeitsoptionen sowie zahlreiche Befestigungsoptionen. Die Leuchte kann an jeder bis zu 50 mm dicken Kante angebracht werden, was sie noch flexibler macht. Bei Arbeiten in der Höhe können Sie die Leuchte auch mithilfe des unteren Befestigungslochs auf einem Viertelzoll-Stativ aufstellen. Wie Sie sehen, kann diese Leuchte wirklich für eine endlose Zahl an Aufgaben verwendet werden. Zuletzt zeige ich Ihnen diese wirklich tolle OnePlus-Plattenleuchte. Genau wie das OnePlus-Flutlicht wird die Plattenleuchte in großen Räumen verwendet. Der Unterschied liegt darin, dass sie drei getrennte Platten hat. Eine Hauptplatte und zwei vollschwenkbare Seitenplatten, die zusammen 3000 Lumen haben. Diese Platten können auf verschiedene Weise positioniert werden, um einen Bereich effektiv auszuleuchten. Sie können sie zum Beispiel in einer geraden Linie anordnen, um einen bestimmten Bereich direkt zu beleuchten, oder Sie können die beiden Seitenplatten komplett zurückklappen, um rundum alles zu beleuchten. Und wenn Sie damit fertig sind, können Sie die Platten schließen, um die Leuchte zu schützen. Mit dieser Leuchte müssen Sie sich nie wieder Sorgen um Energie machen, da sie sowohl mit einem OnePlus-Akku als auch über Stromkabel funktioniert, wodurch Ihre Laufzeit praktisch unbegrenzt ist. Wie das Flutlicht auch, hat diese Leuchte ein integriertes Viertel-Zoll-Befestigungsloch, mit dem sie auf einem Stativ oder an der Wand befestigt werden kann, sodass Sie viele Optionen haben. Das war die Zusammenfassung unserer sechs neuen Leuchten. Wie Sie sehen, hat Ryobi OnePlus wirklich ein umfassendes und vollständiges Leuchten-Sortiment, das die ideale Beleuchtung bietet, damit Sie bei Ihren Projekten die besten Ergebnisse erzielen. Vielen Dank fürs Zuschauen.